. In der Glasi arbeiten etwa 90 Leute. Wir sind seit dem Januar 2003 bei den Nest versächern. Die Nest hat uns das interessanteste Gesamtangebot gemacht. Wir sind glücklich und haben uns dafür entschieden. Es hat uns auch überzogen die erfolgreiche Anlagestrategie, die Nest verfolgt. Und es gibt für uns eigentlich keinen Grund zu wechseln, weil die kompetente Beratung, die wir von den Mitarbeitern der Nest bekommen, die ist uns eigentlich sehr viel wert. Wir sind unsere Treile im Schlauch . Wir sind uns sehr großartig. Untertitelung des ZDF, 2020